Hi! Mein Job für jetzt ist eine Brutscheune. Was ist das da hier? Die Bienen hier raus zu klauen. Weil das sowieso ein Volk ohne Königin ist werde ich da sicherlich hoffentlich auch keinen Rauch für brauchen. Mir ist jetzt eigentlich nur wichtig dass ich hier Bienen in meine Kunstschirmkiste bekommen. Mit den Bienen kann ich nämlich jetzt andere Völker verstärken und da wir nachher eine Puderzuckermethode auch anwenden wollen bei der ganzen Geschichte darf man jetzt auf gar keinen fall hier Nektarspritzer reinbringen oder aber auch Wasser. Das heißt man braucht einen trockenen Tag für die ganze Aktion. Ich finde die Methode mit dem Besen gar nicht mal übel weil es so geben wir den ganzen Flugbienen die Möglichkeit gerade wieder zurück zu fliegen. Ihr seht ja da bleiben eigentlich nur die jungen Bienen drin die wohl noch nicht fliegen können. Alles über drei Wochen fliegt einfach schon bevor sie sozusagen Tieffall bis zur Box haben fliegen die einfach schon auf. Und da die Kiste hier so ist tatsächlich sehr sehr leer ist schon es ist auch gar nicht mal so unklug zu sagen ja die Flugbienen sollen gerade wieder zurück kommen. Um dem Volk noch hier die Brut zu wärmen. Es geht auch gar nicht rum bei so einer Aktion alle weg zu kriegen. Spielt gar keine Rolle. So haut man sich dann doch mal einen Bienenstachel rein. Ein kurzer Schreckmoment der ist auch bei mir noch. Hier in diesen Nachschaffungszellen kann man das auch wunderbar erkennen dass das Volk tatsächlich gerade Königin los ist. Die versuchen sich nämlich hier aus der Bienenbrut eine neue Königin zu kreieren. Das möchte ich aber nicht. Wie gesagt ich brauche hier weißenlose Bienen um andere Völker die nicht so stark in der Sekunde sind zu verstärken. Die sollte ich jetzt vielleicht mal nach hinten verlagern. Da ist nämlich keine Brut drauf. Ich brauche immer noch mehr Bienen. Das langt noch nicht was wir haben. So. 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 zur Puderzucker Methode die Puderzucker Methode um einen mickrigen kleinen Kunstschwamm zu entmilden. Technik funktioniert trotzdem immer gleich das kann man machen bis Maximum 1,5 Kilo Bienenmasse sonst wird es zu staubig da drin. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte die Biene darf nicht nass sein weder vom Wasser noch von der Luftfeuchtigkeit noch dürfen Nektarspritzer auf der Bienenmasse kleben die müssen wirklich komplett trocken sein die Bienen und dann habt ihr hier ziemlich viel Erfolg mit dieser doch sehr simplen Methode um die Milben da rauszukriegen wenn ich das hier verrieben habe erkläre ich auch gleich warum das so effizient ist so jetzt schon an zu stauben so am besten kann ich mir eigentlich sparen bei dem kleinen Völkchen da ist ja gar nicht so viel also ist eigentlich einfach zu erklären habt ihr schon mal mit dem Fahrrad oder Motorrad auf Rollsplit eine Vollbremsung gemacht im Regelfall haut es da einen hin und das ist genau derselbe Effekt bei den Bienen weil die Varroarmilbe stellt euch vor die Hand ist jetzt die Biene die Varroarmilbe beißt rein ist aber jetzt nicht unbedingt wie eine Zecke verankert sondern sie hält einfach nur ein Rüssel durch Schettin durch und versucht sich mit ihren sechs Beinen da fest acht Beinen festzuhalten die hockt jetzt wie eine Linse auf der Biene drauf und wenn hier zwischen rein der Puderzucker rollt und die Biene sich bewegt und ich noch den Käfig schüttel dann passiert genau das Plumpsmilbe runter das ist eine rein mechanische Lösung ich habe da angefragt das Bieneninstitut in Celle inwiefern Puderzucker die Bienen bzw die Tracheen das sind die Atemwege der Bienen beeinflusst und laut dem Bieneninstitut Celle ist da auch eine Lebensreduzierung zu erwarten das heißt mit Sicherheit wird die Biene jetzt nicht ihre volle Lebenszeit auskosten können trotzdem ist natürlich die Varroarmilbe im Gesamtkontext wesentlich gefährlicher für die Bienen und jetzt schaut euch das mal hier an was jetzt schon an Milben geflogen ist wow die leben übrigens alle noch also jeder schwarze Punkt hier ist jetzt eine Varroarmilbe die wirklich lebendig von der Biene abgepurzelt sind und wie ich schon sagte man kann die Methode mit Maximum 1,5 Kilo Bienenmasse machen und die Bienen halten das ohne Probleme aus man muss nur beachten es muss halt trocken sein wenn das feucht ist dann habt ihr ein Problem dann verkleben die Bienen und es gibt Räuberei nachher trockene Bienen bepudern wunderbare Lösung um die Milben wegzukriegen klar ist natürlich jetzt keine Sache wo man jetzt standardmäßig mit Wirtschaftsvölkern machen sollte viel zu groß für so eine Aktion bevor ihr mit drei Völkern durch seid bei einem Bienenstand von sag ich mal über zehn Völkern da habt ihr schon die Mega Räuberei deswegen mache ich die Methode wirklich nur für Kunstschwärme und zwar immer dann wenn ich die von Brutscheuen hole oder auch wenn ich Kunstschwärme verkaufe frage ich immer einen Kunde möchte er eine Puderzuckerbehandlung um die Restmittel rauszukriegen und wie gesagt wenn ich meine eigenen Völker verstärkt dann will ich da ja auch keine Milben rein kippen sondern mache davor Puderzucker übrigens der Puderzucker erhöht natürlich auch die Annahme von den ganzen Bienen weil die bringen dann ja ein bisschen was mit ins Volk rein und Zucker können die Bienen wie gesagt verarbeiten in dem Sinne Ciao